Yeah, wenn du wüsst, dass dein Herzlieft in deinen Hosen bedeutet, dass Gott dich liebt. Jesus hat für dich alles gezahlt am Kreuz. Es wird dich keine Person auf dieser Welt so lieben wie Jesus. Er ist am Kreuz verblutet für dich, er war zerfetzt am Kreuz. Er hat das Leben hergegeben für dich, dass du vollkommen sein kannst, mit einer vollkommenen Gottbeziehung. Ohne Jesus wäre das gar nicht möglich. Er wäre mir ewig getrennt für Gott. Aber wenn du Jesus annimmst, das Geschenk von ihm, er hat das vollkommen gemacht. Dann wird das Realität in dir. Denk immer daran, wenn du deine Hosen anschaut, mit dem Herzliebe.